Hallo und herzlich willkommen, ich habe vor, Überraschungsregen aufzunehmen zu drücken. Das vierte Regenrennen nacheinander, what the fuck. Oh ja, aber diesmal ist das erste Qualifying im Regen. Ja, und diesmal ein richtiges Regenrennen. Und das ist auch noch auf Hockenheim, da wo diese ekelhafte Haarnadel ist. Oh nöööööööööööööööööööööööööö. Das Tolle ist, ich bin, also hast du Hockenheim geübt, Mjock? Äh, das finde ich explizit. Hockenheim kann ich. Ich bin jetzt Hockenheim ungeübt, quasi, komme ich jetzt auch rein, wie alle anderen. Und das Blöde ist jetzt auch noch Regen. Das heißt, ich glaube, KI wird das Rennen gewinnen, sehr wahrscheinlich, wenn sie sich da... Das Problem, aber bei Hockenheim hast du in der Saison-Challenge immer Regen. Hä, läuft. Ja, ist mir auch wohl ein bisschen geübt, ne? Na dann bin ich mal gespannt. Oh je, gleich die erste Kurve wird schon zum Abflug werden. Meine erste Kurve ist gleich meine Hasskurve hier irgendwie. Well, I'm scared. Mjock fährt erstmal da schon vorne weg, hat erstmal schon zwei Wagenlängen. Schon wieder? Ja, bei mir diesmal. Oh scheiße, zu spät. Oh scheiße, zu spät. Oh genau richtig. Alter, aber das rutscht so. Ey, ich hab keinen Bock auf Heim im Regen, man. Der Heim-Compri im Regen. Oh Gott, das... Kann ich meine Streak nicht fortführen, ey. Sieht ja aus wie ein Wolkenbuch, als wie Regen. Oh ja. Als wie... Vielleicht ist es im Rennen ja nur halb Regen oder so. Mal gucken. Alter, Kelty, guckst Mihawk fahren hier um den ersten, aber Mihawk dreht's. Ich meine, Kelty kippt ein bisschen weiter raus. Ja, ich fahr vorne weg, aber ich bin neu an Mihawk dran. Ich schaue euch ein bisschen hinterher zu, es wird wohl nur Dritter für mich in dem Rennen, du. Ups, no. Yo, Regen, ey. Meine Güte, dieses Bremsverhalten ist so schlimm und dann rutscht es mich rum. Okay, das war's, ey. Oh, meine Güte. Das wird höchstens 10. oder so im Qualifyen. Letzte Fischer-Nicht. Ist die nächste Scheiß-Kurve? Ja, ich hasse die Kurve auch. Ah, Alonso. Wow, viel zu spät. Viel zu spät. Auf der Bremse. Alonso macht die Pole. Machen wir so. Göttlich Alonso. Hurensohn. Aber in der richtigen Formel 1 ein sehr erfahrener und beliebter Fahrer. Trotzdem gut so. 1, 2, 3, 4, 6. Zweiter. Zwölfter. 14. Wo ist Copa? 17. 17? Okay. What the fuck? Wie geil ich jetzt die Park-Family-Regel fänden würde. Benni, bloß 11 Sekunden, der hat eine Abkürzung gewusst. Boah. Das war gut noch gefahren. Ich glaube, ich werde vielleicht doch insgesamt nicht vierter, wenn Ricciardo jetzt so punktet. Aber mein Rennen komme erst noch mit. Ungarn als nächstes ist ja meine Strecke. Geil wäre jetzt Park-Family. Regen versaut mir alles. Mihawk auf zwei. Das ist schon sehr geil. Falls ihr übrigens, wir haben übrigens einen Plan für den nächsten Saisonfall. Für die Leute, die es wissen, wollen wir überlegen. Vielleicht dann, weil ja Blitzqualifying immer ein bisschen scheiße ist. Vielleicht mal eine vollwertige Qualifying einzuführen. Also, wenn es denn zumindest zehn Minuten gibt. Ein ganzes Qualifying im Sinne von drei Sessions, A10, A20 und so, ist schon hart. Ist schon sehr hart. 0% Regen. Ja, ich glaube, selbst die Setups machen, glaube ich, nicht den Riesenunterschied. Ja, stimmt. Ist schon ein bisschen schon. Meine Güte, wenigstens werde ich nicht meinen Regentitel aufspielen erwarten. So, also ich muss eigentlich Reifenstrategie. Ja, diesmal werde ich so bleiben. Bernie, ich gehe Runde sieben. Warte, nein. Da hätte ich mit Härte und Reifen starten müssen. Dann will der mir zwei Stops anbieten hier. Ja, bei mir auch. Irgendwie. Ich habe einen. Verdammt, ich wollte mit Härte und Schrauben. 17. Äh, Moment. Ach. Wie ist das eigentlich, wie ist das eigentlich, wenn drei Stops eingeplant sind und man nur zwei fährt, dann ist der trotzdem, äh, legitim, oder? Ja. Wenn man nur zwei Reifen starten muss. Klar, man muss einmal wechseln. Man muss einmal hart, einmal weich. Apropos Boxenstops. Habt ihr auch schon gehört? Rennen theoretisch besteht die Überlegung, dass es zur Saison 2017 wieder, ähm, äh, tanken, tanken, nein, das ist, das ist, das ist keine Überlegung, das ist schon so gut wie beschlossen. Äh, sie haben doch tanken abgeführt, weil es zu gefährlich war. Ja, sie führen, sie führen tanken wieder ein, ab 2017 und stärkere Motoren. Mhm, sie wollen, ja, das sind halt die Maßnahmen, weil die Leute wollen halt wieder Zuschauer bekommen, ne? Äh, ich auf 6. 17, ey. Ja, ich hab mich mal für weich entschieden. Hm, meine Güte, ich bin grad mal gut und so, hol, hol wieder zwei Siege und so, erinnert mich an die alte Saison und dann muss dann natürlich Formel 1 wieder, muss mir in Formel 1 einen Regenqualifier hinquatschen, damit ich komplett verkacke, ey. Okay, aber nur mal, um mal kurz auf das Thema zurückzukommen, Formel 1 wieder mit tanken, es wird so lange gut gehen, bis du irgendeiner Feuer fängt. Ja. Dann wollen die Leute wieder, dass es, äh, abgeschafft wird. Ups, da, der voll erst mal reiküben, rein. Was ist denn da? Ja, ganz geil. Rennen im Arsch. Wow, sorry. Trafen, Deutschland. Kuppa, chill. Ich hab's nicht drauf, ey, danke, Kuppa. Hä, das lag nicht an mir, du warst zwischen, du warst, da war noch ein anderer neben uns. Da war noch ein anderer neben uns, das lag nicht an mir. Aber du hast vorgeprescht in deinem Alfa 3. Dann dreht's mich. Ah, schade, schade, Schokolade. Wow. Da hab ich Alonso eine geklatscht, ey. Ich wär jetzt Alonso voll reingefahren, aber ich bin Gott sei Dank unsichtbar geworden, durch Alonso durchgefahren. Oh mein Gott. Jetzt hätt ich den rausgeschossen. Ja, das hab ich gesehen. Der hat schon sowas gemacht, der will, der Alonso abschließt. Alter, wie kalt die rumleckt. Hoppla! Wow, Vorsicht. Ja, ich komm gleich. Bei mir bist du aber mega rumgeleckt, deswegen hatte ich auch grad voll Schiss, dass ich... Ich weiß auch, öpp, 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 zwar nicht mega, aber... Okay, das wird ein Sieg für Mihawk. Ich geb mir Mühe. Ey! Go Mihawk. Riccardo! Was macht denn der Daniel? Du siehst mich hier erstmal ab. Ja, läuft bei Riccardo. Und jetzt häng ich hier mit quer! Pe... 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 Deutschland! Ich seh's auf der Minikotte. Ja. Das deutsche Volk. So Deutschland auszusprechen klingt doch gar nicht falsch. Ja. Ja, wir sollten sagen, dass der General... General Caldy... Gut, jetzt wird er hier gescrewt. Das clasht sich alles aus. Mhm. Das ist halt Karma, und nein, ich meine nicht die Wrestlerin. Ach, du meinst immer die Wrestlerin. Apropos... Apropos Karma, wer von euch guckt, nein, nicht TNA. Keiner. Alter, ich fahr so schätze, dass sogar Lonzo an mich rankommt. Macht nichts so besonders gut, freu ich im Moment auch nicht. Boah, und jetzt gibt er mir jetzt den Schutze da, Lonzo. Sag der und fuhr die Schnellzone. Sag der und fuhr die Schnellzone. Caldy in... Ja, du bist in... Das liegt ja an der Tatsache, dass ich allein vorne bin. Wow. Mein Fehler. Ne, das ist einfach blöd, weil irgendwie leckst du bei mir immer. Ich hab immer Angst. Ja, bei dir auch. Weil Caldy immer mega rumleckt. Ja, ist bei mir auch so gewesen. Ey, wieso komm ich da an Kia dran? Das ist doch ey. Ich sag dir, es wird vielleicht auch irgendwann mal eine Strafe geben, weil Caldy so rumleckt. Alter, Vettel ey, jetzt muss ich auch mal Vettel catchen und dann kann ich meine Zeiten stabilisieren. Das dachte ich mir schon fast. Was ist bei dir passiert Caldy? Sub ist in reingezogen und ich hätte eigentlich in vorbei, aber dann war er schon weg. Oh man! Well, that's the spirit. The spirit of the heart. The spirit of the heart! Ja, 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 ja. Ich kotze diese Strecke voll. The spirit of the cots. und das spirit of the court ist eine kotze und nein ist wir meinen auch nicht der spirit of the night ist es nicht das gleiche so der erst und damit komme ich endlich ein feld vorbei und auch nicht rhythm of the night das ist auch nicht dasselbe kleine zwischenbilanz für die zuschauer ich bin sechster zweiter er ist hinten in der hand da draußen bernie sehr wahrscheinlich als mercedes das war reden okay dann wissen wir wer es ist ich war wissen schon vor allem weil ich gewisse andere leute die gerade mitten aufnahmen sind direkt hinter mir habe und deiner steht da draußen ja bernie das ist ein mercedes gewesen bernie steht da draußen einfach auf der haarnadel und schilder die beide erst mal sutil holen das war schön sutil gefickt vielleicht wurde bernie auch wieder gestört von irgendjemandem er wurde gestört von ricardo aber er ist mir von hinten rein gezogen hat wieder martin für den vorstellt den vortrag abgestoßen gestört gestoßen und ich bekomme dafür die strafe war nur fahrt durch musst erst durch vor zwei scharfen fahren ähm ja und durfte noch eine stunde eine runde lang ohne von flügel fahren oder scheiße drum stehe ich draußen chill mal das ist auch so ein partner mit dem er nehmen könnte das spirit of germany nein 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 dafür ist jetzt gelbe flacke ich dachte schon kälte ist rausgeführt oder so weiter nein 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 geschrieben ne bern wurde das konzipiert weil er sich nicht mehr bewegt hat deswegen auch gelbe flagge weil er quasi erstmals gecrashed galt oder so jetzt kannst du uns über den zuschauer modus zuschauen werden so erst wollen wir beide mit anquert vorbei und jetzt haben wir erstmal ruhe habe ich gehört Ach 네� da auf vom Waldstaune fast jetzt muss nur straiff das wurde als schätiguert oder pulled und der soll mich bestellen der in na 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 Kelly drauf alt war gar gerade sogar HP Namen an einmaleren Stolz das ist vielleicht Hey, komm, das ist Vollspeed-Strecke. Du musst es da eigentlich vor dem Podium machen. Mit mir zuhören. Du fährst mit Williams. Ihr müsst aber auch überlegen. Ich habe mir beim Reikön da ein bisschen angedischt. Ja, ich hatte eine Strafe. Jetzt ist es genau andersherum gerade wie in Silverson oder in Österreich. Nur, dass ich nicht so nah ran bin an Mihawk, weil halt 17. Qualified, ne? Wenn ich 17. Qualified bin und jetzt 2. der hier zu Ende fahre, bin ich ziemlich zufrieden damit. Dann ist es echt fast schon wie ein Sieg, du. Was hast du zum Beispiel als Zeit? Ich habe 1, 2, 1, 24, 2, 1. 21, 3. Ja, merkt was? 1, 2, 2. 1, 2, 5. Ja, merkt er was? Alles gleich. 1, 2, 4. Ja, ne? Weißt du, so knapp verpasse ich hier Mihawks Bestzeit, Mann. Mal wieder schnell zur Runde fahren. Ja, und das habe ich schon auf Daniel ein bisschen aufgeholt. Ja, ich sag ja, ich habe einen kaputten Frontflügel und deswegen... Das ist scheiße. Ihr erwartet mich kriegen und das... Ja, dein Boxenstopp dauert ja dann auch mal noch 2, 3 Sekunden länger. Mhm. Gut. Lila Zeit. Ach, ich auch. Ich auch. Jetzt habe ich sie bestimmt weggeschmissen. Yes. Zeit, dass Cobra sich mal wieder eine schnellste Rundenzeit holt. Na, jetzt habe ich sie weggeschmissen. Ich bin dran. 17, 18, 19... Ah, 20, 5. Oh. 20, 5. Hui. Ich dachte schon. Wie er sich wegen einer besten Rundenzeit Sorgen macht. Mhm. Ja. First World Problems. Eben. Ich guck hier alleine als Zweiter rum. Das ist ganz voll langweilig, wenn ich wenigstens die schnell zur Runde habe. Wenigstens hat er gesagt. Wenigstens. Ihr wisst ja, Mjörg, er hat es mal erklärt, ich sitze meine Prioritäten anders. Meine Prioritäten sind nicht... Es sind seine Prioritäten anders, hat er gesagt. Ich sitze Prioritäten, hat er gesagt. Heul nicht rum, Mann. Ich heul nicht rum, ich lache nur. Ja, er hat aber auch recht. Er hat aber auch recht. Daniel Schrautze, ich werde nicht hier in Daniel Kisten gepackt. Mhm. Nee, aber ich meine, er hat recht, da wird es nicht drüber lustig zu machen. Wieso? Weil manchmal... Wenn du deine Ziele von anderen lustig machst, ist das ehrlich gesagt. Nein, mach ich nicht. Das ist ein bisschen erbärmlich. Okay, ich wurde gerade erbärmlich genannt, auch nicht schlecht. Nein, nicht du. Aber auch egal. Solange du dich nicht über meine Ziele lustig gemacht hast, sondern nur wie ich das formulierter wurde, so was, dann ist es auch nicht erbärmlich. Dann ist das was anderes. Ja. Ich hoffe, das war so, Kelly, oder? Natürlich war es das so, das kam mir gerade so eigenartig. Mach mal die Tür zu, dann passt es wieder. Ich gehe erst mal bitte in den Abend. Na, Abend, der Herr. Nee? Wollen wir mal etwas ruhiger, bitte? Das heißt für irgendwie jedes Mal, wenn Kelly so wie da ist. Bitte ruhiger. Wir wollen schlafen, oder? Okay, ich kann die Stimme sogar flüstern, ne? Ein bisschen ruhiger, bitte. Lol, what? What, what? What, what? What, what? Enderbar. Kelly, du denkst so laut, ruhiger. Eben. Aber, Kelly, schrei nicht so rum, ey. Meine Güte. So, aber, wenn ich mich recht entsinne, hat Miog da auch mit weichen Reifen geschadet, ne? Korrekt. Gut. Okay. Oh, es geht schon so viel besser mit nur einem Frontflug. Wui, 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 meine Güte. Also. So, die Einfahrt ein bisschen vergeigt. Hm, ja, innen, ja, ins Motor drum. Die Einfahrt ist echt fies, die Kurve, finde ich manchmal. Ja, die, ich muss sagen, im DTM-Racetreiber ging die einfacher. So, und ab in die Box. Oh, meine Güte. So. Kommt denn da aus der Box raus? Ich nicht. Oha, Chilton und dann geht er auf die Ideallinie der Irre. Ja. Ja, Chilton ist halt ein Verrückter. Der Chilton nicht. Boah, Gottes Willen. Und zum zweiten Mal die Box Einfahrt reinfahren. Was? So, ähm. Ja, hat er nicht eine Strafe, das hat? Ja, ist mir gerade auch angefallen. Deswegen kam von mir auch gerade A. Ähm. Aber Mjock, du meinst ja auch, dass die Hockenheim ein bisschen mehr gefällt von den Strecken, ne? Ja, also, ich komme mit Hockenheim besser klar, weil ich eben auch viel in DTM gefahren bin. Allerdings, wie gesagt, mit dem Formel 1 ist ja gar nicht so geil zu fahren. Es ist okay. Ja. Aber es geht mit dem DTM-Wagen besser. Haha. In einem anderen Spiel. Ja. So, noch eine Box. Ich habe erstmal 24 Sekunden auf Mjock. Aber gerade irgendwie fehlt die Motivation jetzt mich irgendwie zu steigern oder besser zu fahren. Jetzt bremse ich auch ein bisschen früher, ziehe die Kurven ein bisschen, nicht kürzer, sondern ein bisschen länger und so. Also, na egal. Ich habe mich quasi hier gemütlich gemacht auf dem zweiten und fahre den auch so nach Hause. Aber die Boxeneinfahrt in Hockenheim ist auch dezent bescheiden. Sondern ich wäre fast noch ins Kiesbett gekommen, ey. Ich habe es noch ein bisschen mitgenommen. Haha. Ich bin beim zweiten Mann. Ich bin beim zweiten Mann. Sondern es ist immer schwierig, wenn der eine dann innen vorbei überholen will und du ziehst dann in die Boxeneinfahrt rein. Das ist schlecht. Dann kracht es richtig. Da hätte ich ein Video von Pete Smith gesehen, wo dann einer hinten überholen hat. Pete Chain, ey. Ja genau, da rein und die Boxengasse reingeschoben hat, ey. Peter! Peter! Oh Mann, der wurde so zusammengetrollt, ey. Das ganze Rennen lang. Oh, Jay hat... Jay ist auch so ein besseres Wissen da in Formel 1. Ja, ja. Aber der Dings, das war halt auch mega dumm für ihn. Wenn, dann lässt er sich nicht mittragen, sondern bremst irgendwie ab oder so. Um dann halt andere Richtungen zu nehmen. Aber da ist aber geradeaus weiter mitgefahren. Da hättest du auch was dagegen machen können. Dass du da nicht in die Box mitgetragen wirst. Vor allem, Jay ist echt so der einzige, bei Pete Smith, der sich irgendwie groß für Formel 1 und Wrestling interessiert. Das ist ja auch das geilste. Von dem, der Rest hatte von Formel 1 keine Ahnung so groß. Schade. Ja, okay. Formel 1 ist nicht mehr so groß, wie es damals war. Aber es macht trotzdem immer noch Spaß zuzuschauen. Also, für mich. Aber halt, wo wir halt darüber geredet haben mit diesen Tankstops und so. Weißt du, wisst ihr, das ist halt ein riesen Problem für eine Formel 1. Nachdem die halt auf Hybridmotoren und alles gewechselt sind, ist die Formel 1 halt langsamer geworden. Wenige Überholmanöver. Und viele haben jetzt gesagt so, ja, die ist langweilig. Zum Beispiel Hockenheim hatte keine Lust, dieses Jahr zu übernehmen, weil die halt zu viel Angst haben. riesige Verluste zu machen. Überall gibt es nur noch Verluste auf den Rennstrecken und so. Und hier in Deutschland war es halt so. Und Nürburgring ist ja insolvent gegangen und alles. Diese Strecken leben ja jetzt auch nicht nur von der Formel 1. Klar. Eben. Aber halt, wenn ich halt über die Strecken rede mit Formel 1 Situation, weißt du. Weil Bernie hat doch diese Lizenzen da, dass du quasi veranstalten darfst. Die Formel 1 war da extrem teuer für die Streckeninhaber. Und dann lohnt es sich nicht mehr für die quasi dann halt die Strecken zu husten, wenn die zu wenig Einnahmen machen. Und deswegen kommen halt wieder Tankstops, kommen wieder ein bisschen dickere Motoren, sollen halt wieder kommen, damit halt wieder Interesse im Sport geweckt wird. Sonst stirbt die Formel 1. Und deswegen versucht man auch immer, wie zum Beispiel hier im Fall von Red Bull, quasi das stärkste Team, was dominiert, quasi irgendwie schwächer zu machen. Die haben halt die ganze Zeit versucht Red Bull zu schwächen und dann halt 2014 ist ihm das geglückt. Und dann kam Mercedes. Ja, und dann kam Mercedes, weißt du. Die wollen halt wieder Zeiten wie Ferrari gegen McLaren, Schumacher gegen Heckenen oder sowas, oder... Das ist aber leider schwer zu erreichen. Hm. Du musst halt zwei Teams finden, die ganz stark sind. Ferrari ist halt ein guter Herausforderer in dieser Saison, aber nicht stark genug, um... Um wirklich bedrohend zu sein. Um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Vorhersage für dieses Rennen. Ich sehe mich noch ins Kiesbett fliegen. Vorhersage für dieses Rennen. Mihawk 1. Ich 2. Und dahinter irgendwo die KI oder vielleicht kommt ja noch einer von euch aufs Podium. Na ja, Vettel ist die Masse wahrscheinlich. Danach ist alle so. Da ist die Chance, das hat mich überholt, größer. Mit wie vielen Seiten die überhaupt alle? Sechster, ich. Siebter, ah. Sub. Achter, Kelly. Okay. Und Banny sei schon raus. Und ich werde wahrscheinlich von den beiden noch überholt. Ja, ich fahre vorsichtig. Denkt ihr, dass ich gut fahre? Besser wie ich. Ich fahre keine 1.23. 1.23? Wow. Das ist wirklich scheiße. Das ist nicht geil. Na Nico, wie geht's denn so? Oh nein, ich meine Hülkenberg, nicht Rosberg. Hashtag Motivationskeule. Hashtag Motivationskeule. Hm. Bitte. 20-1 ist halt echt. Das ist schon gut. Mit einem harten. Der hat auch von 6 auf 7 Sekunden ausgebaut. Selbst werden den ruhig nicht mehr ein. Außer Mihawk macht irgendeinen riesigen Fehler. Ja. Ich hab noch Überrundung. Ja, komm schon jetzt. Kommt Bianchi und entschuldigt sich bei mir, indem er dich dazu bringt, eine Strafe zu bekommen. Nee, momentan ist erst mal chillen. Hm. Mal schauen. Vielleicht wird's ja so wie ein Monster. Da hatte ich ja den Sieg auch nur Prozent drin. Dann kam Bianchi. Göttlich Bianchi, ey. Der hat immer in dieses Jahr Punkte geholt. Und das vollkommen zu Recht. Weil den ja auch die ganze Zeit gesehen, dass wie er gefahren ist und wie die anderen gefahren sind und so. Nee, das ist Intuition. Hey, nicht gegen Bianchi. Eben. Der ist schon arm genug dran. Der richtige Bianchi, wenn nicht der Formel 1 Bianchi. Also nicht der Formel 1-Spiel Bianchi. Besser. Ja. Ich hab mich schnell korrigiert. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern weiß, was mit Bianchi aktuell ist. Ziemlich ruhig gewesen. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Und wenn, dann würde er ein sehr langer Aufbau sein. Für die Leute, die es interessiert. Bianchi hat in der Formel 1 einen sehr schweren Unfall gehabt und liegt seitdem im Koma. In Suzuka. In Suzuka. In Suzuka. Direkt gegen halt diesen Kran. Weißt du, der ist dann unten durchgerutscht, aber sein Kopf hat es nicht so gut geschafft. Und der ist dann halt sehr lange im Koma und jetzt wahrscheinlich immer noch. Und es ist nicht bekannt, ob er wieder aufwacht oder was ist los. Ja. Also es sieht noch schlimmer aus als Michael damals. Ja. Deswegen gute Besserung an Jules Bianchi. Ja. Auch wenn Copa ihn manchmal flamet, er meint die KI. Ja. Scheiß Bianchi. So ein Bastard so. Da meint ich grad die KI. In Wirklichkeit wünschen wir natürlich Bianchi das Beste. Ja. Und auch eine schnelle Genesung. Mhm. Auf jeden Fall. Aber das ist halt leider im Motorsport. Im Motorsport passieren halt leider manchmal Unfälle. Genau wie in jedem anderen Sport auch. Genau. Nur, dass im Motorsport nochmal schlimmer ausfallen kann, weil die Geschwindigkeit dementsprechend höher ist. Wobei die... Ja, jetzt hab ich auch geschildert. Wobei hier in der Formel 1 ist die Sicherheit seit 94, seit diesen halt fatalen Unfall von Senna, drastisch gestiegen ist die Sicherheit. Und seitdem gab's schon viel schlimmere Unfälle und die haben es alle überlebt. Ja. Das ist ganz gut und so, dass sie die Sicherheit halt sehr stark gesteigert hat. Alter, Mihawk. Jetzt schon fast 10 Sekunden hat Mihawk nur noch mich. Aber ich hab auch jetzt 8 Sekunden auf Vettel oder so. Oder 7. Deswegen... Ja, 7 Sekunden auf Vettel. So als hätte das Spiel mich gehört, zeigt's extra nur noch meine Zeit zu Vettel. Gerade kurz, schnell. Jawoll. Jetzt wieder weg. Und Vettel hat auch noch 6 Sekunden auf Alonso oder so. Also da wird sich in den ersten 4 Positionen jetzt nichts mehr ändern. Hülkenberg fürs DS. Und siebter. Und damit kriegt Mihawk wieder die Führung, ne? Mit zwei Punkten aber nur. Vermutlich, ja. Wie sieht denn dein Benzin aus, Koba? Äh, plus 1. Glaub ich plus 2 die ganze Zeit schon. Was? Und Zeit, dass du an Hülkenberg jetzt dann vorbeigekommen, oder wie? Ja. Okay. Ich hab immer noch plus 2. Oh, Sub macht genau denselben Weg. Oder andersrum. Okay, ich glaub ich hab ein oder zweimal auf Vett gestellt auf der Geraden, aber nicht mehr. Das war ganz selten. Aber egal. Ja, plus 2, deswegen bin ich jetzt gerade auf Vett unterwegs. Wie mein Team nochmal zur Box ruft. Jawoll. Komm zu Boxen, Mihawk. Ich hab den zweiten Boxenstopp gelöscht. Ich wusste nicht so schnell wie es ging, also hab ich ihn einfach stehen lassen, auf Runde 16 gedrückt. Ach, warum auch immer um 2 Stops machen sollen. Hä, wieso? Wenn ich mal schaue, meine Reifen sind... Okay, die sind schon ein bisschen geschwächt, aber das ist die vorletzte Runde. Also mit denen kann man schon zu Ende fahren. Zum Beispiel anfangs wurden die Stops auf Runde 7 und Runde 11 eingestellt. Was ist? Wer führt, war die Frage, Antwort, Mihawk. Nee, ich sub... Ich sag, anfangs wurden die Stops bei uns sogar der erste auf Runde 7 und der zweite auf Runde 11 eingestellt. Oh, meine Güte, der hätte ich fast Grosjean hinten reingebrettert, du. Ericsson ist 60. Oh, die führen sich da hinten ein knallhartes Duell. Na, knallhart nicht, ich bin einfach nur mit DRS rangekommen. Und aus Schiss den Platz nochmal abzugeben, was... Ja, ich werde anscheinend immer schneller oder ich werde immer langsamer. Oder ich werde schon 11 Sekunden. 20-0. Alter, wie fährst du denn so, wenn ich... Auf harten Reifen eine 1,20? Geil nicht. Ich auch. Ist doch gestört, ich fahr 1,21 immer ständig auf harten Reifen. Jetzt sogar eine 1,22. Hacker. Ne, ne. Ich bin auf 3,21 gefunden. Ja. Ich hab auch seit 3 Runden immer im ersten Sektor lila. Alter, das ist krass. Jetzt sind die Reifen irgendwie... Was? 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 Du bist wieder an Kelty vorbei, sag ich. Und so wie es aus da war, war das wohl... Und so wie es angehört hat, war das wohl nicht ganz sauber. Hm. Dein Erfolg... Ich werde... Mirok wird gleich sehen, was mit Kelty passiert ist. Deine Verfolger hängen zurück. Du kannst etwas durchatmen. Okay. Lass mal einen Rand vorn Kaffee trinken. Ja. Schnell mal einen Plausch mit der Boxengasse halten. So einen kleinen Talk. Ja, genau. Kleines Kaffeekränzchen. Müsst ihr euch so vorstellen, nach einem Formel 1 Rennen machen, macht das ganze Boxenteam so ein Kaffeekränzchen. So. Und wie geht's deiner Frau? Ja, ganz gut. Die ist jetzt gerade im 8 Monat schwanger. Nein. Er bietet mir selbst jetzt noch die Box an. Mir hat er nie einen dritten Boxenstopp angeboten, witzigerweise. Hättestes Mal den Sieg durch die Boxengasse gemacht. Hm. So wie ich da im letzten Saison... Oh, die Reifen! So meine waren gut. Okay, in letzter Sekunde komme ich noch an Bianchi vorbei, wenn wir überrunden ihn. Wird nicht mal mitgehen. Yay, schmerzt die Runde, yay. Boah, zwei bescheidene Reden. Jawoll, ich sag es, ich hau mich weg. Nicht mein Tor. Und Höckenberg gleich mit. Und Strafe. Ja gut, ich hab's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Letzte Runde. Ist nicht cool. Daniel wird fünfter, ne? Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Ja, das ist gut. I just fucking told you so. I'm not the type of guy who says I told you so. Oh, Baden ist auch besser. Ach, Polch! Ja, bis 15, ja. Habe ich wieder ausgebaut zu Ricciardo. Den hätte ich als nächstes überrunden müssen. Drecksspiel. Oh, Kaldi. Auf dem 11. Das ist bitter. Das ist bitter. So was mit 10 Sekunden wäre immer noch 8er. Aber wir haben halt realistische Strafen eingestellt, ne? Gratulation zu Björn, äh, zu Björn Sieg. Herzlichen Glück und schloss sie verdient. Nachdem ich dieses... Weißt du, dieses fucking... Alter, wenn... Wenn das nicht dieses behinderte Regen-Qualifying gewesen wäre, dann... Na, egal. Hätte, hätte Fahrradkette. Scheiß drauf. Mit meinem fünften kann ich leben. In Deutschland ist okay. Letztes Jahr lief es da, soweit ich weiß, in Deutschland nicht ganz so gut. Aber das ärgert mich jetzt mit der Strafe, mit Kubata. Hätte ich bestimmt einen vierten oder sowas gemacht, dann ohne die Strafe. Ich hab keine Ahnung, wie das gekommen ist. Oh, was wäre, wenn Rennen. Aber ich hätte echt gedacht, dass sie nur wirklich nah an mich rankommen, und dass dann am Ende nochmal so ein Abstand zwischen ist, hätte ich nicht erwartet, weil ihr einmal näher rangekommen seid, als ich meinen Frontflügel nicht mehr hatte. Na gut, das war's dann für den großen Preis von Deutschland bei Bedankungsbeispiels, fürs Zuschauen, und wir sehen uns in Ungarn wieder. Da gibt's wieder Check-It-In-O-Gulasch. Bis dann. Ein deutscher Gebiet in Deutschland. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen hier zur Nachbetrachtung des großen Preises von Deutschland. Tja, wieder einiges passiert in dem Rennen. Der Kommentator, sowas ja auch bei Koba und so, wenn er die Tabelle macht, ich mach das genauso, geht auch immer gern mal auf sich ein. Tja, ich hab wieder Pech gehabt, gleich am Anfang diese Strafe aus dem nichts bekommen. Keine Ahnung warum, ich hab's mir seitdem auch nicht nochmal angeguckt. Unsere 3-Rennen-Aufnahmesession ist jetzt auch zwei Tage her. Aber gut, Ungarn kam ja auch noch, ne? Aber, das seht ihr ja dann erst in vermutlich zwei Tagen. Gut. Um nochmal das Rennen hier jetzt Revue passieren zu lassen. Birn konnte sich den dritten Sieg insgesamt holen. Er hat sich die 25 Punkte sichern können. Ihr seht's, ist auch wieder ganz oben. Allgemein, Birn drei Siege, Kuba drei Siege, Kelly drei Siege. Also, ist bei allen dreien gleich. Aber Birn ist der konstanteste. Damit momentan ganz oben. Aber Kuba konnte sich immerhin hier noch den zweiten Platz sichern. Holt sich die 18 Punkte. Und auf dem dritten Platz ist Sebastian Vettel gelandet. Hat sich seinen ersten Podiumsplatz in dieser Saison geholt. Ich glaub letzte Saison hat er überhaupt gar keinen gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ist das ja schon mal ein Volk. Und die ersten drei das ganze Podium in Deutschland. Dann auch in Deutsch. Wunderbar. Auf Platz 4 folgt dann der erste Nicht-Deutsche. Und zwar Fernando Alonso in seinem Ferrari. Kurz nach ihm auf Platz 5 ist der Daniel ins Ziel gekommen. Hat sich 10 Punkte sichern können. Folgt dann meine Wenigkeit mit 8 Punkten. Und dann sah es ja lange Zeit nach Kelly aus. Aber ihr habt's ja gesehen. Da hat sich ein bisschen was geändert. Nach mir ist dann der Nico Hülkenberg ins Ziel gekommen. Hat sich die 6 Punkte geholt. Anschließend dann likiert. Hat sich einmal die 4 geschnappt. Sein vierter Punkt aus Beute in dieser Saison. Zwei Punkte gingen hier unten an Adrian Sutil. Und ich seh die hat's nicht zusammengerechnet. Deswegen sortieren wir das ganze dann gleich nochmal einmal gemeinsam. So. Und der eine Punkt ging an Kimi Räikkönen. Ja. Das ganze hat jetzt folgende Auswirkungen auf den WM-Zwischenstand. Björn konnte sich Platz 1 in der Weltmeisterschaft wieder sichern. Mit 175 Punkten. Allerdings nur 2 Punkte vor dem Koopa. Welcher mit 173 Punkten den Björn immer noch dicht auf den Fersen ist. Mittlerweile schon ein bisschen abgeschlagen. Vor allem auch jetzt wegen dem Nuller ist der Kelly mit 136 Punkten. Also wenn Kelly nicht noch eine Streak schafft. Wie hier zwischenzeitlich in Monaco und Kanada. Könnte das ein recht safer dritter Platz werden. Aber ich denke Kelly wird schon einen noch einmal vorne angreifen wollen. Ja. Auf dem 4. Platz dann immer noch meine Wenigkeit. Mit 105 Punkten konnte er im Gegensatz zu Ricciardo einmal punkten. Welcher, wir sehen es, eine Null in Deutschland geholt hat. Steht jetzt immer noch bei 84 Punkten. Sprich ich habe jetzt gut 21 Punkte Vorsprung wieder. Das ist ja schon mal was. Auf dem 6. Platz steht trotz seines dritten Platzes in Deutschland immer noch Sebastian Vettel. Allerdings nur ein Pünktchen hinter seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo. Also Vettel pirscht sich jetzt wieder ran. Die letzten Rennen waren stark. 10, 12, 15 Punkte. Also Platz 5, Platz 4, Platz 3. Mal schauen ob sich Sebastian Vettel in Ungarn auch noch den zweiten Platz holen wird. Und dann in Spa vielleicht sogar siegen. Schauen wir mal ob der Aufwärtstrend so weiter geht. Ja. Hinter ihm ist der Daniel. Hat 10 Punkte holen können. Hat damit wieder jetzt 5 Punkte auf Sebastian Vettel eingebüßt. Im Gegensatz dazu hat allerdings Fernando Alonso auf Daniel auffolgen können. So nur 2 Pünktchen. Aber immerhin. Vielleicht muss der Daniel dann doch seinen Fokus eher auf Fernando Alonso setzen. Und nicht auf Sebastian Vettel. Dass er ihn erstmal hinter ihm halten kann. Er steht mit 54 Punkten da. So. Bernie hat ja ein bisschen gechillt in dem Rennen. Wurde disqualifiziert. Hat demnach keine Punkte geholt. Allerdings hat Nico Hülgenberg noch einmal sein drittbeste Saisonergebnis geholt. Der ganze 6 Punkte steht damit auf Platz 10. Kimi Raikün hat sich auch mal wieder ein Pünktchen gegönnt. Auf Platz 11 mit 21 Punkten hinter ihm. Allerdings nur 2 Punkte hinter ihm ist Daniel kehrt. Welcher auch mal wieder punkten konnte. Das 4. Mal diese Saison. Steht bei 19 Punkten. Ansonsten hat sich hier unten bloß etwas getan in Richtung Adrian Sutil. Welcher sich 2 Punkte sichern konnte. Und somit auf Platz 15 vorspringt. Kubayashi, Chilton, Ericsson immer noch ohne Punkte. Ich glaube einfach mal, dass das auch so bleiben wird. Und ja. Das war es dann mit dem großen Preis von Deutschland. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und ich hoffe ebenso ihr schaltet auch in Ungarn wieder ein. Bis dann.